Willkommen in der ersten Liga Dortmund gegen Leverkusen. Gestern gab es ja schon im Oberhaus Augsburg gegen Leipzig, vorher Dresden-Lautern und heute ebenfalls schon eine Partie in der zweiten Liga, 1860 gegen St. Pauli. Bisher haben Mucke und ich uns jeweils unentschieden getrennt. Es gab einmal 0-0, 1-1 und einmal 2-2. Das heißt, in der Statistik hat sich überhaupt nichts verändert. Vielleicht gibt es da nun mal für mich einen Sprung nach vorne, denn Mucke liegt ja nach wie vor mit drei Punkten hier in Front und er sieht die erste gelbe Karte. Mucke, wer ist denn hier Schiedsrichter? Heimo Wasserschneider. Aha, mit denen hattest du doch gestern noch telefoniert, dachte ich. Jaja, hast du ja mitgekriegt. Oh, Böcki. Das war richtig dumm. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen mit Leverkusen. Habe ich mal so einen negativen Lauf, was Chancen-Tod angeht. Ja, wollt schon sagen hier. Also, heimo. Denkt ihr an das Tippspiel? Wie endet dieses Match in F davor für FIFA und eher davor für die reale Begegnung? Oh, die sind aber auch so knapp. Ja, alle, die mitmachen, werden dann am nächsten Bundesliga-Wochenende im Video erwähnt. Also, wir haben schon wieder sieben Minuten oben. Es ist noch nichts passiert, bis auf den Eifreistoß. Ja. Oh, die Schitte! Bundesliga heute am Samstag. Auch noch weiter nach diesem Match im Programm. Wir haben Köln gegen Bayern, Mainz gegen Wolfsburg. Und heute Abend dann Gladbach gegen Schalke. Morgen am Sonntag gibt es in der zweiten Liga das Derby zwischen Fürth und Nürnberg. Außerdem die letzten Partien. Da haben wir dann Frankfurt, Freiburg und HSV gegen Hertha. Schön. Ecke. Gut gemacht. Da steht da natürlich keiner. Schlechter Pass. Ganz schwach. Leider getunnelt. Da müssen wir dich da ran. Genau. Oh, scheiße. Ja, seine Spielweise gefällt mir gut. Oh, Tunnel! Das ist doch für Bürki kein Problem hier. Aber Bürki, was machst du da? Ja, gut nachgesetzt. Ey, ich hab mal du hast. Warst du mit Knie zuletzt ran? Och, was ist das denn hier? Das hab ich eigentlich auch so gesehen. Wundert mich jetzt hier. Oh, schlechte Flanke. Schade. Sag mal, was macht Bürki hier für Einwürfe? Also, das ist doch hier... Leverkusen! Ah! Okay, dann machen wir das Spiel zwar schnell. Klasse. Ah, war so schön geplant hier. Ja, bis jetzt schaffst du es wirklich, meine Pläne zu versauen. War schön. Das war eine schöne Kombi. Ah, ich wollte nochmal zurücklegen. Schade. Och, was ist denn hier los? Ey. Weiter. Ne, das war jetzt schwach. Da hat sich Bella Rabi vertanzt. Dancing! Das war... Ey. Perfekt, Alter. Ey. Ey, Schneider. Alter, das sind doch hier brutalste Fehlentscheidungen. Geiler geht echt nicht. Bucke freut sich schon. Oh, ist das ein Arschloch. Dieser scheiß Wasserschneider. Der hat keinen Bock mehr auf deine Bestechung. Ey, ich hab dir 20 Wassermelonen besorgt. Och. Wasserschneider? Genau. Der ganze Laden stinkt. Der bietet sich keine Hand. Der ganze Laden stinkt, der Schirris hier. Ey, ich kotze gleich. Ich kotze gleich so im Dreieck. Damn. Oh. Ey. Was ist das für ein Scheißdreck hier heute? Ey, das erste Turn der Bundesliga, das dürfen wir feiern. Ja. Birki hat alles versucht. Zweimal gehalten. Und dann war er hier chancenlos. Ja, da war dann irgendwann auch mal vorbei. Er tut, er tut, was er kann. Ja. Ich mach mal ein Tor mit Leverkusen. Was ist da los? Keine Ahnung. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Was? Noch mehr ziehen geht nicht. Ey, was ist das für ein... Oh, nee. Alter, ich kotze gleich im Fünfeck. Der Pedder, der riecht mich so auf, dieser Scheiß-Wasserschneider. Naja. Ich sterb hier gleich. Du hast nur ein Tor kassiert. Ja, schön. Och, Opa Miang Reddo, wofür hast du dir die schnellen Beine? Ach, gehst du mir auf den Senkel, ey. Genau, Reus. Och, mann, Reus. Wir hatten in der Bundesliga sehr viele Verletzte schon. Und die Mucke arbeitet dran. Und jetzt noch weitere. Der Torschütze. Legt jetzt zurück auf Bellarabi. Und das war... Herr Bellarabi braucht ein bisschen zu lange heute. Och, Mann. Gut gesehen. Ich saug dich aus dem Papier, Alter, ich schwör. Den hatten wir doch. Ja, 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 ja. Komm, hier, rot. Also volle Pulle rot. Schmeiß den weg, da, den Vogel. Also rot wäre jetzt nicht gerecht. Heimo, wie du meckerst nur? Ey, du kleiner stinkender... So, erste Halbzeit gleich zu Ende. Hallo. Ja, komm, komm, komm. Boah, das ist ein schwacher Pass. In der Mitte, in der Mitte. Genau. Oh, scheiße, jetzt habe ich die T-Shirt schon... Jetzt habe ich die T-Shirt schon... So, also ich führe zur Pause. Habe ein Schuss auch mehr aufs Tor gebracht. Schussgenauigkeit deshalb auch mehr. Passgenauigkeit bist du besser beim Besitz ebenfalls. Ja, 1 zu 0, da ist noch gar nichts entschieden. Machen wir weiter. Alter, alter, alter. Ja, ich reagiere auch gleich, du. Alter, ich bin stiegsauer auf die Schiri. Ich schwöre, ich bring den um. Alter, sowas ist rot, alter. Ich schwöre. Ich habe da nichts gesehen. Es ist mir klar, du sagst... Och, scheiße! Ja! Ja! Ach, fick dich. Das war geil gemacht. Fick dich. Klasse. Ich führe mit Leverkusen. Fick dich. Ich bleib bei Fick. Ich bleib bei Fick dich. Ja, man muss wirklich sagen, unsere... Livestreams hier im Prinzip von FIFA, die... ähm... müssen zensiert werden, seit ein paar Wochen. Ne Mucke? Ja. Ich sehe gelb. Quatsch mich nicht voll. Gelbe Karte hier für mich. Ruhe. Nein, natürlich nicht. Och, Ledo, verpiss dich aus diesem Scheiß-Tor! Oh, jetzt habe ich mir wehgetan. Mucke verstümmelt sich schon selber. Ach, der... Warum geht der da... Alter... Buh, buh, buh... Oh, oh, oh. Das ist meiner! Wenn ich sage, das ist meiner, Tom, ne? Dann hast du da... Nein! Ja! Alter, dieser Fettarsch! Dieser verkackte Fettarsch! Oh, die Zuschauer, die werden sauer jetzt. Schöner Pass. Komm, zieh, 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 zieh. Alter! Ja! Drei neu. Ach, fickt euch! Dortmund, hoffentlich steigt der ab. Nein, Spaß. Jetzt gibt es hier ein Five-Konzert. Und ich mit Leverkusen. Drei Treffer. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Ach, komm, sei ruhig. Ja, damit hat die Statistik, ist sie wieder ausgeglichen. Außer vor den Toren, ja? Ja, das heißt, momentan... Gleich viele Punkte, aber Mucke hat noch drei Tore mehr. Ey, ich komme zu... Alter! Hast du jetzt noch eine Karte gesehen gehabt? Oder ich? Nee, ne? Weiß ich nicht. Achte ich nicht mehr drauf. Weiter, weiter, weiter. So eine Leistung kann man nicht gewinnen hier. Schämt euch! Genau. Oh, der Ball landet auch noch vor Kagawas Füßen. Bitte. Alter! Schön gerettet. Ich hasse euch. Mitnehmen. Weg, weg. Der ist ja... Der ist... Oh Mist, schade, dass wir den nicht mehr rüberlegen konnten. Alter, willst du mich verarschen? Oh! Der pfeift nicht. Ja, gut. Weiter, weiter. Wo ist die Verteidigung? Verteidigung? Genau. Spielen. Ich, 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 ich... Schöner Pass, aber... Kommt nicht an! Und dann werde ich hier behindert. Ah, gut gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen. Da hat Mucke wieder Platz. Och, was ist das denn? Ach, du bist doch... Der ist weg. Oh, Reus, ich hab dich vorher noch so gelobt, du... Oh, schön! Renn, 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 renn! Ich hab genug Eigentore. Was? Bist du bescheuert? Ey, ich raste hier gleich aus. Also, gar nicht. Ich glaube, das liegt an deinen Schimpfwörtern, das er jetzt gefiffen hat. Du, wenn ich mit dem Schimpfwörtern anfange, da geht der freiwillig in die Psychiatrie und weit. Oh, Mann. Also, es kommt von Leverkusen aber auch zu wenig. Gut. Schön. Komm, Leverkusen. Ja. Na, da kam jetzt kein Pfiff, okay? Warum sollte da ein Pfiff kommen, mein Freund? Weil es ein V-Spiel war. Alter, willst du mich verarschen? Boah. Mach den Pass doch so, wie ich das haben will. Ah. Ja, doch. Dembele. Boah. So, jetzt. Mal, wieder ein Angriff von Leverkusen. Bisschen Entlastung. Ja, komm, spielen wir hier Schweinchen oder was? Nein. Oh, die Drehung fehlte noch. Schade. Sag mal, wo passt der hin? Da hab ich mein Pfeil nicht hier bewegt. Ist das... Rot. Jetzt gibt's aber die rote Karte. Das, ja. Es gibt Rot. Die erste rote Karte an diesem Wochenende. Ja, wer holt sie? Natürlich ich, ne? Ja. Ach, Mann. Die Mauer ist gesprungen. Klasse. Oh, nein. Oh, nein. Uff. Genau. Na. Sag mal. Ja. Du sollst schießen. Ich hab doch gesagt, schießen. Oh, nein. Das hätte das 4 zu 0 sein müssen. Sag mal. Oh, nochmal Rot im Prinzip. Ja, gibt's auch. Das muss eigentlich nochmal Rot geben. Gibt's auch, so wie der da ankommt. Und? Ja. Oh, vorbei. Ding ist eh verkackt. Dann bring ich halt noch ein paar Leute rum und regle meine Statistik. Rote Karte. Was, willst du noch eine? Nein. Das war's. 3 zu 0. Mucke also auch bisher hier am Samstag nach wie vor ohne Tor. Das ist krass. Also von den Chancen her hätte es auch unentschieden stehen können. Da hat der Mucke durchaus Möglichkeiten. Auch mehr Ballbesitzschussgenauigkeit ist ja besser. Passgenauigkeit ebenfalls. Rote Karten. Jetzt haben wir auch das. Also was fehlt an diesem Wochenende? Elfmeter. Nee, gar nichts mehr. Wir hatten alles. Elfmeter haben wir Eigentor. Wir hatten alles. Alles schon durch. Wir haben jetzt wirklich alles durch. Nachher gibt es Köln gegen Bayern. Das wird interessant. Ich spiele die Kölner, Mucke die Bayern. Vielleicht macht er dann sein erstes Tor. Schaltet also ein. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.